Hey VW-Universum, es ist wieder soweit, nicht verzagen, Hackman-Fragen in dieser Woche im Daniel-Brian-Shirt, denn er wird ja auf der Gamescom zu Gast sein. Ja, vielleicht ist der eine oder andere von euch dort und kann den Yes-Man bewundern, bestaunen, vielleicht ein Autogramm abstauben, wer weiß das schon so genau. Ihr wisst auf jeden Fall ganz genau, wie es geht, wenn man hier Fragen stellen will. Hashtag AskTheHackman benutzen, einfach Frage und das Video posten, so weiß ich, dass ihr eine Frage habt und sie kann nächste Woche schon dabei sein. Frage Nummer 1 für diese Woche von Ed Boss. Welche Rivalität war epischer? Punk gegen Cena oder Stone Cold gegen The Rock? Das ist für mich eine einfache Frage, ganz ehrlich, denn Stone Cold gegen The Rock gab es dreimal auf der größten aller Bühnen bei WrestleMania und ich denke keine Rivalität bei WWE war jemals größer als Steve Austin gegen The Rock, deswegen ganz eindeutige Antwort von mir. Zweite Frage kommt von Thoresen Jemmes. Wer ist dein Lieblingswrestler bei WWE im Ring? Also im Ring hat er da ganz in Großbuchstaben geschrieben und da ist meine Antwort nicht so einfach zu formulieren. Ich sage, das sind mehrere, zum Beispiel Cesaro, der ist so einzigartig im Ring, das gefällt mir, was er macht. Sein Stil mit den europäischen Moves und diesen Kraftaktionen, die er so schnell hintereinander setzt, das gefällt mir. Zum Beispiel Brock Lesnar fällt mir jetzt auch noch ein. Brock Lesnar ist auch sehr einzigartig. Wenn Brock Lesnar im Ring steht, weiß man sofort, der ist im Ring, der ist im Ring präsent und er ist unverwechselbar. Und ein Dritter im Bunde, weil alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei, ist Kevin Owens. Kevin Owens mit seinen High-Flying-Moves bei einem Körpergewicht von circa 270 Pfund. Das sucht seinesgleichen. Er kann auch technische Aktionen, der Typ hat die Power-Moves drauf. Also diese drei, Cesaro, Brock Lesnar, Kevin Owens, das ist so die Riege, die ich bevorzuge. Klar, ich bin WWE-Kommentator, ich muss neutral bleiben, aber man hat ja seine Favoriten, wenn es um den Stil im Ring geht. Das war ja die Frage hier. Nächste Frage kommt von Alexander Iserhoth. Wie bist du auf WWE gestoßen? Das ist eine lustige Sache, die ich ein bisschen ausführlich erzählen muss. Also ich war damals im Urlaub mit meinen Eltern, mein Bruder war auch dabei. Ich war neun, mein Bruder war vier, wir waren noch ziemlich klein, aber wir haben trotzdem uns nachts immer aus unserem Kinderzimmer geschlichen und haben uns vor den Fernseher gesetzt. Und da war auf einmal Wrestling dran. Wrestling Challenge hieß das damals und ich weiß nicht mehr, wie das Match hieß, wer da gegeneinander antrat. Da müsste ich wirklich tief graben in meinen Erinnerungen, aber ich weiß, dass es uns fasziniert hat. Und egal, ob man mich mag oder nicht, ob man mich sympathisch findet oder nicht, eins ist ganz klar, die Liebe zur WWE, zum Sports Entertainment, die ist ganz früh schon gekommen bei mir. Ich liebe diese Sache, ich bin froh, dass ich Teil dieses Business bin, wenn man es so nennen will und bin sehr glücklich damit. Hat mich nie wieder losgelassen, diese Sache. Justin Wojtinas mit einer Frage. Wer glaubst du wird der Tough Enough Sieger? Hm, ich sage es wird Tenner. Tenner aus folgenden Gründen. Er ist ein sehr, sehr taffer Typ, sehr zäh, er gewinnt regelmäßig die Challenges und er gibt auch als Charakter sehr viel her, finde ich. Er ist einer, der gerne flirtet, der provokante Aussagen tätigt und das will man doch sehen bei einer Reality-TV-Serie. Also Tenner, mein Favorit. Mr. WWF Federation, wer war deiner Meinung nach der wichtigste Superstar der Ruthless Aggression Era? Eine Ära, die man ja leicht mal vergisst, die leicht mal untergeht, wenn man an die WWE-Historie denkt. Aber da gibt es doch einige richtig, richtig große Stars dieser Ära. Ich denke mal zum Beispiel, hm, Brock Lesnar, Triple H. Edge darf man nicht vergessen. Ach, das sind so viele, wenn ich mich auf einen festlegen muss. Ich glaube, es ist Edge. Edge war immer der geniale Gegenspieler für einen John Cena, für einen Undertaker. Er war immer der Rated-R-Superstar, der provokante Typ, der immer eine Lücke fand, der ultimative Opportunist. Das ist ja sein Kosename immer gewesen, jahrelang. Und wenn ich einen Superstar aus dieser Zeit nennen sollte, ich glaube, es wäre Edge. Und ja, ich vermisse ihn, den Hall of Famer. Das war's für diese Woche, liebes WWUniversum da draußen. Auch nächste Woche dabei sein. Immer Dienstag, 18.30 Uhr. Hashtag AskTheHuckman. Nicht vergessen, wenn ihr eine Frage habt, her damit. So long, Hackman out.